Die Rekordbayern zurück in München. Im Gepäck die 23. Meisterschale der Vereinsgeschichte. Vom Rollfeld am Flughafen ging's direkt in den Mannschaftsbus. Und dann ab zur Säbener Straße. Alaba, Schweinsteiger, Lahm, Ribery, Shaqiri und Boateng setzten die Heimfahrt in Privatwagen fort. Die Stars des FC Bayern haut nah und vielleicht so gut drauf wie schon lange nicht mehr. David, gratuliere, was sagst du zum Titel? Wahnsinn. Mit dem 1-0 in Frankfurt holt der FC Bayern bereits am 28. Spieltag die Schale und schrieb damit Bundesliga-Geschichte. Die Münchner, der früheste Meister aller Zeiten. Lange feiern können die Bayern aber nicht. Am Mittwoch wartet Juventus Turin im Rückspiel des Champions League Viertelfinals.